Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Far Cry 4 und ich habe mir gleich gedacht, weil es in der letzten Folge ja einigermaßen in Ordnung war, werde ich diese Folge gleich nutzen, um Rang 10 in der Arena zu werden. Ich glaube ganz gut wäre hier endlos. Oder Kämpfe oder Herausforderungen. Ich glaube, ich probiere einfach mal endlos aus und gucke mal, wie weit wir im Rang hochgehen. Natürlich werde ich euch nicht alles zeigen, beziehungsweise ich werde so ein bisschen was zusammenschneiden. Ich denke, je nachdem wie lange es dauert, ist es auch in eurem Interesse. Ich möchte euch ja nicht zumuten, dass ihr hier, was weiß ich, stundenlang hier meine Arena Kämpfe anguckt. Ich glaube, so arg spannend ist es dann aber nun auch wieder nicht. Dennoch möchte ich es als extra Part mit aufnehmen und nicht einfach offscreen das Ganze machen. Ja, ansonsten ist es immer noch ziemlich, ziemlich heiß da draußen. Es ist so, man möchte ja eigentlich gar nicht nach draußen gehen, oder? Wie seht ihr das so? Ich weiß so gar nicht, ey. Also am aller, aller, allerliebsten wird mir doch hier am liebsten in der Wohnung bleiben. Los Leute, Applaus für unsere tapferen Kämpfer! Hier sind Schweine, ey! Behindert! Ah, hier sind Schweine! Zum Glück kann ich unendlich lange sprinten. Sind die Schweine noch hinter mir her? Ne. So, okay. Ich hätte vielleicht vorher doch irgendwas anderes machen sollen, ne? Ah, scheiße, ich bin tot. Ich bin tot, verdammt. Jo, läuft, oder? 60 Punkte. Super. Super Start in das Ding hier. Keine Ahnung. Was ich noch versucht habe, ist ein bisschen was in der Config, ähm, zu verändern. In Sachen Performance. Ich hoffe, es kommt so rüber. Und ich hoffe, die Performance ist jetzt besser als zuvor. Ich habe noch was, ein bisschen was am Aufnahmesetup verändert. den Codec ein bisschen angepasst, aber ich glaube, das sollte jetzt soweit auch dann reichen. Oder passen. Nur noch einen Augenblick, bis das Luftbad beginnt. Platziert eure Wetten! Ja, komm, dann, äh, oh. Dann, gib mal Gas, ne? Hier gleich wieder Schweine, die lassen wir einfach mal vorbeilaufen. Ich habe halt nur eine Pistel am Anfang. Das andere Zeug müssen wir uns erst erarbeiten. So. Hier liegt doch eine AK rum. Können wir doch gleich mal aufheben. So, hier drüben haben wir noch einen Kollegen. So, ich glaube, die beide können zusammen. Jetzt haben wir hier noch den da drüben. Sehr geil. Okay, Orangerauch ist sowas wie... So kack, verschissene Hunde, ey. Ihr scheißverkackten Hunde. So, okay, wir halten uns immer mal wie das im Hintergrund, ne? Solange es geht, lassen wir die Jungs gegeneinander kämpfen. Es ist soweit alles in Ordnung. Es passt soweit, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. So, war es das schon wieder? Okay. Kommt hier gar nichts raus? Oh, geil, hier kommt gar nichts raus. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Oh, ho, ho, ho. Der war nice. Oh, oh. Das war eine super Runde, würde ich sagen. So, hier kommen wieder Hunde raus. Nur einer? Nur ein paar auf jeden Fall. Oh, ist da ein Dicker? Scheiße, da ist ein Dicker. Dicker. Hallo, Dickerchen. Scheiße. Okay, der Dicke ist, äh... Ich glaube eher, ich verdammte Depp, ich hätte sie erst gegeneinander kämpfen lassen sollen. So, haben wir noch den Dicken? Nein, haben wir noch den Dicken. Nein, haben wir nicht. Okay, sehr, sehr gut. Da oben ist nochmal ein Dicker. Hat uns nicht gesehen, zum Glück. So, ich muss jetzt noch mal Waffe wechseln. So, rein auf den Dicken, Vollgas. Scheiße, jetzt haben wir noch den Wolf da unten. Das ist aber alles easy. So, die haben wir schon mal. Okay, den haben wir auch. Das ist schon wieder so ein Dicker. Das ist schon wieder so eine dicke Sau. Oh, ich habe immer noch keine... Ähm... Ähm, was würde ich sagen? Keine Heilung gefunden. Also, Midi-Pack meine ich jetzt. Keine Pause, den Gottlosen. Wir haben gerade erst begonnen. Und nun wieder zurück zum Gap. Okay, hier kommt niemand raus. Oh, nice. Zweitige jetzt schon. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Okay, hier geht definitiv das Tor auf. Mal gucken, was da rauskommt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Habe ich den Takedown jetzt schon? Ja, den habe ich. Wow. Nicht weg, es kommt noch sehr viel mehr. Wow, wow, wow. Das war richtig, richtig eng. Jetzt wieder zurück zum Gap. Okay. Ich weiß wenigstens, dass ich die Dicken jetzt, äh, Takedownen kann. Oh, ich bin mir doch. Oh, ihr braucht mehr Geld. Wollt ihr eure Freunde beeindrucken? Dann kämpft in der Arena. Oh. Diese Runde ist fast vorbei. Never. Stopp! Wow, wow, wow. Macht ihr nicht gleich ins Höschen, mein Eggles. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Okay, wir sind zu 110. Zeit für eine kleine Überraschung für unseren Kämpfer. Bossrunde? Wow, okay. Das war's. Jetzt habe ich echt gedacht, da kommt was, äh. Wenn ihr keinen Spaß habt, rettet ihr nicht genug. Zeigt mir euer Geld. Ich habe jetzt halt wirklich gedacht, da kommt was. Ah, die Sau. So, ich brauche hier Munition und Munition. Und wieder in die Ecke. Okay, ihr Schätzchen. Es ist Zeit für die nächste Runde. Wolle, wolle. Wow, heal. Schnell heal. Nein, Bär. Nein, Bär. Nein, Bär. Alter. Hier ist ein Ding. Oh, danke. Wo schießt denn der? Vor allem ist er was schießt und das ist so ein fetter. Du bist unbesiegbar. Das will ich aber nochmal sehen. Oh. Das sieht doch gut aus. Messerwurf-Takedown, zwar arschgeil, aber eigentlich tot. Alter, hör doch auf. Du Spast. Wow, das war eigentlich wow. Scheiße, 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 scheiße. Ich gehe einfach dann so leicht, ich gehe auch ein bisschen leichtfertig rum, ne? Ich habe kaum Leben, aber eigentlich kommen... Die sind sehr geil. Oh, der, 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 der recht hat seinen Helm verloren. Oh, da oben ist noch einer. Die sind ja zu zweit. Das ist ja richtig unfair. So, ich lade hier mal das Ding nach. Weitere Waffe, die ich aufhebe. So, hier ist auf jeden Fall mal alles nachgeladen. Ist das nochmal eine Waffe? Ne, hier kann ich nur tauschen, aber gegen Schrotflinde möchte ich eigentlich nicht tauschen. Wer versehentlich in die Arena stürzt, wird automatisch zum Teilnehmer ernannt. Passt also auf. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sehr, sehr gut. Entspannt euch nicht zu sehr, es kommt noch viel mehr. Tja, mal gucken, ob er aufgeht. Ich hoffe er nicht. Nein. Fickt euch doch ins Knie, ey. Das sind verschissene Honigdachse. Unbelievable. Wegen, äh, wegen sowas. Wegen sowas doch nicht. 1500 Punkte. Okay. Ich versuche mal hier ein bisschen mehr rauszuholen. Also es ist ja doch recht wenig, was wir da bekommen. Wir haben jetzt knapp 1000 Punkte bekommen für 13 Runden. Das ist doch, 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 ein bisschen arg wenig. So, der Ladescreen. Mal sehen, ob er es mit echten Kämpfern Kyraths aufnehmen kann. Macht euch bereit für die besten Kämpfe von ganz Kyraths. So, hier haben wir nur drei Runden. So, einmal hier bitte aufheben. Danke. Ups. Das war ein Hedder. So. 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 Okay, hier bleibt auch zu, zum Glück. Okay, okay, ich lass die mal hier kämpfen. Sehr, sehr gut. So, ich wechsle mal die Waffe. Mal gucken, was wir hier denn abschlussmäßig für Punkte bekommen. Ah, D, 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 D. Okay, der Sieg ist unser. Auch nur 700 Punkte. Wow, ey, da musst du aber ganz schön ran klotzen. So, ich mach jetzt hier einfach mal nochmal eine Herausforderung und guck mal, was dabei rumkommt. Ob wir da eventuell mehr rausbekommen, als jetzt nur das kleine Ding hier. So, einmal bitte hier laden, danke. Ja, wenn du die Menge auf deiner Seite hast, wirft sie dir unter Umständen Munitionspackungen hinzu. Die Frage ist, wie man die einfach auf die Seite bekommt. Das ist ja die Frage aller Fragen. Oh, wir haben ja heute gestartet. Scheiß die Wand an. Ja, schmeiß mal runter deinen Rons. Die haben echt was runtergeschmissen, geil. Sehr, sehr cool. Die haben echt was runtergeschmissen. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei gegen mich. Ja, mit der Waffe brauche ich auf Distanz nicht kämpfen. So, sehr gut, Jungs. Schmeiß mir mal Zeug zu, bitte. Okay, was kommt hier raus? Was kommt hier raus? Sehr, sehr gut. Ich brauche natürlich Munition. Ansonsten kann ich das da voll vergessen, ne? Ich brauche Munition, ich brauche Munition, ich brauche Munition. Okay, der kommt mal raus. Ah. Leider den Messer-Takedown verpasst. Okay, okay. Da drüben, der brennt. Der brennt da munter vor sich hin. Haben wir noch irgendwie was? Ne. Ich kann leider nicht gucken, wie viel Munition ich habe. Nicht so viel. 29 Schuss. Okay, hier sind fette Bären am Start. Sonst sind auf meiner Seite, sind schon alle nach unten gegangen. Drüben scheint aber noch jemand oben zu stehen. So. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Dampf machen. Die Leute wollen ja auch was sehen, ne? Ich hoffe, hier kommt einfach nichts raus. Ich hoffe, hier kommt einfach nichts raus. Okay. Okay, wir haben hier oben rechts eine dicken. Hier ist Munition, die nehmen wir mit. Ach, du fucking Scheiße. Ist es tot? Ist es schon tot? Nein, es ist noch nicht tot. Wow. Alter Vater. Alter Schwede. Alter. Bist du bescheuert? Ja, und jetzt? Ich habe keinen Schuss mehr. Alter. Habe ich mich jetzt verjagt, hey? Leck mich am Arsch. Ah, kriegst du auch keine Punkte? Wow. Das braucht da ewig. Das braucht da ewig und drei Tage. Wow. Na gut. Dann wird es hier doch eine normale Folge, denn... Mir fehlt jetzt einfach die Zeit hier, das fertig zu machen. Es ist eine normale nochmal Arena-Run-Folge. Tut mir leid, dass es jetzt auch so gelaufen ist. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Jetzt haben wir mal alle drei Modi hintereinander durchgespielt. Und dann gucken wir einfach, dann schauen wir einfach, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen weitermachen in der Storyline. Und ich das dann irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit, mehr Luft nach oben habe, durchziehe und hinten ranhänge. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao. Bis dahin, macht's gut.